Alles rot Wenig Sphinx scheiße Hol ich mir gleich noch ein paar Kotten vom Feld Das können wir irgendwie mal abernten Hm? Das Feld... Ich hab ja 5 Wolle Können wir erstmal von Bombus abernten Oh Ich hab schon wieder Eier entgegen geflogen Na, gib her Und dann mehr durchjagen mit der Hand Muss ich nur noch Place verzäunen Ja, brauchen wir eigentlich so ein Feld noch Unbedingt Das können wir eigentlich hier wegmachen und neu Irgendwo anders hin verschieben Normalerweise, ja Lass das doch da Erstmal Ja, aber wegkommt's eh Mal los Tipptuh tüp tüpp tüb 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 tübרא Klar Diddy aber nicht alles hier anbauen hier, jetzt werde ich keine Ahnung Weizen anbauen hier rein Damit da erstmal für die Tiere nachher schön produziert wird, dann kann ich auch die Tiere im Gehege einfach mit Naptil Portal Gun dahin schießen. Ja. Sind die im Gehege drin, wo auch immer nachher das Gehege sein soll. Wo auch immer, sagt er einfach so. Ich glaub's ja nicht. Keine Ahnung. Irgendwo beim Grindel in der Nähe. Pink Slime machen. Hm. Achso, jetzt ist es sonst machen. Hm. Das ist die sinnvollste Sache. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier anbauen. Hier machen wir, weiß ich nicht, so ein Tower-Art, ne? Alle Sorten da rein, machen wir als Tower fertig und hier das. Pass das schon. So. Ja, ja. So ein Kartoffel Tower, ich weiß. Ja, nein. Alles Gemisch rein. Hauptsache das Ding wird befüttert. Was wir nie wirklich fertig gekriegt haben. Ich? Warum wir? Nur wir gesagt, du Spinner. Das war eure Planung, der Kartoffel Tower. Weiß. Aber das ist eh nicht fertig geworden, eigentlich. Ne, warum wohl? Kannst du ja von der Turtle bauen lassen. Ja, kannst du. Meint dich gerade. Ja, genau. Was will ich denn damit? Kann ich das gar nicht selber per Hand bauen? Du hast doch gesagt, Tower. Ja. Wieso? Kann sie doch in der Zeit bauen und kannst du dich mit was anderen beschäftigen? Ne, ach, das ist nicht so großen. Ich mach den, weiß nicht, vier Stöcke hoch oder fünf Stöcke. Achso. Mit dem Harvester, mit dem Planter und dann gib Gas. Ja, ich weiß, du übertreibst den nicht. Du machst den nicht, bist du ein Tö. Ne, warum auch? So wie ich gerne. Brauch ich nicht. Ich mach den nicht immer gerne übertreib. So. Aua. Und ich stirbst du. Äh, haare dennet. Eine haare dennet Zell. Fack. Was denn? Na, schon gut. Okay. Ich hab den jetzt mit weißer Wolle gemacht, außerdem. Na, da musst du jetzt mit drei Dingen färben. Ach, was. Hätt ich jetzt nicht gewusst. Du bist eine, Jörd. Was zu sehen passiert. Du bist eine, Jörd. Du bist ein Spacken. Äh, das ist geschmolz, dann rein damit. Ja. Ist ja so viel. Hat ja noch Bären hier. Ne, Bären hat ja gar nicht so viel drin. Die Roten verschwinden, aber die Blauen und so sind noch genug da. Sag ich mal mir. Sortieren. Gut. Ach ja, ich wollte ja mit dem. Schon wieder einen großen Tannebaum. Loool. So, da mal. Von den Tannebäumchen. Das scheint aber zu funktionieren, weil die qualmt auf jeden Fall. Was? Ja. Ein Terminal. Okay. Die Klantenblume. Ich muss die mal ein bisschen weiter weg stellen, wo die Kermane Cloud werden kann. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. So. Mal schauen. grund ausziehen so ein paar maschinen durchstellen kann und so eine kleine stromversorgung umbauen müssen wir jedes mal wo kommst du denn hier ach ja du kannst aus dem loch aus stimmt der mini-zombie tut mir leid so ich weiß du bist bescheuert ne ich nicht ich muss auf jeden fall gucken dass ich für den server nicht sind dass ich mal ein bisschen überbrückung hier mache sind zum beispiel die ganzen bäume ausgelärt werden oder so sagen wir nachher richtig große karte allein schon mit dem säftchen du bist ja auch ein saftsack aber das ist ja was anderes das ist nun mal dass du ein saftsack bist fläche wird gleich voll hoffentlich oder auch nicht so wie dann ich habe noch nichts doppelte holzblock ja wahrscheinlich schon drei uhr nein das ist doch nicht letzter stick ein bisschen nice 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 baby der server müsste gleich abschmieren vielleicht auch dass auch nur ein verwendermäßig auch wenn irgendwas mit irgendwas connected oder so dass jedes mal wenn den fingern posten ich habe gesagt dass jedes mal weiß ich doch nicht das läuft schon mal so jetzt machen wir eine kleine energieversorgung schnell ja magma crucible blue transposer schnell einstellen von da blau nach da rüber von da annehmen und von da ausgeben und dann füllen so langsam wird es was du machst dir in die hose und zwar dich nass in die hose was das weiß ich schon nass ich brauche kupfer in gas in gas ah ne da elektron kupfer hab ich ja noch chip 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 und chap nanananana chip 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 und chap nanananana ich bin schneller als der schall flash hat doch einen großen knall ja er ist so liebenswert ja ausgerechnet du ja jetzt bin ich noch mal so ein herstellen aber dir ne Danke.